Die UdSSR Das sind die Bahnen USA auf Bahn 2, der Deutsche Ruderverband auf Bahn 3 und auf Bahn 4, das Team der UdSSR, jetzt hier im Bild. Sie sehen, sie liegen mit dabei, noch mit gutem Rennen. Das Team aus Italien immer wieder sehr leicht zu erkennen. Uniblau, Azuri.